Ich würde sagen, wir markieren hier schon mal die nächsten Rätsel. Ich glaube, das Gute ist wenigstens. Das eine habe ich unabsichtlich mitgenommen. Das war da irgendwo. Kann ich jetzt einmal bestätigen. Da war das irgendwo da in dem Bereich. Also da oder da irgendwo unabsichtlich mitgenommen. Ich glaube eh da, wo das X ist. Naja, unabsichtlich leider mitgenommen. Kann halt mal passieren. Wir sind sowieso gleich in der Nähe mit dem Pferd. Dann würde ich sagen, holen wir sich gleich mal das nächste. Let's go. Rätsel ist dann dementsprechend auch lockerflockig erledigt. Aber lockerflockig. Easy peasy. Easy peasy. Ganz, ganz schnell. Im Endeffekt, man kann ja sowieso auch alles kaufen. Der Händler ist genau in der Mitte. Also genau vorm Palast. Genau in der Mitte. Kann man, glaube ich, eher relativ schwer übersehen. Dementsprechend ist es richtig sexy. Sehr, sehr einfach gemacht. Nur das mit den Scherpen und alles drumherum dran. Da muss man halt in dem Fall dann leider suchen. Beziehungsweise vielleicht hätte es eh auch was geben. Aber nur, wo ich halt in dem Fall ein bisschen zu schnell. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Dass ich einfach in dem Fall ein bisschen zu schnell dran war. Aber ich würde nur mal sagen, holen wir sich mal das Rätsel. Wir machen unsere 100%. Und tschüss, Baba. Dann machen wir noch den inneren Bezieh. Dann schaue ich mal, wie spät es ist. Dann werden wir eh sehen, ob ich noch weitermache oder nicht. Oh, ja, gut. Vielleicht hätte ich jetzt die Zehnt von den Dingen da vielleicht eins nicht gefunden. Das wäre, das wäre Arsch gewesen. Das wäre in dem Fall sehr so Arsch gewesen. Ja, machen wir lieber außerhalb. Machen wir lieber außerhalb, weil sonst muss ich extra so ein Tor suchen, wo ich da so rundherum gehe, damit ich wieder wegkupfen kann. Ja, der Hundet ist aber nicht mehr. Wenn wir ansatzweise. Da, Pferdchen kann kommen und let's go. Wett mal dorthin und tschüss, Babaali. Ja, 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 schön mitgenommen, der Hund. Ja, unerrige. Und gib Gas, gib Gas. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ein Wahnsinn. Machen wir schon, machen wir schon. Ich bin gespannt. Ich muss einmal drüberschauen trotzdem. Ich muss einmal drüberschauen, ob wir auch wirklich alle Dinge da gefunden haben. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, das kann jetzt nicht so schwer jetzt sein. Aber ich glaube, wir haben eh sicher schon, wer es gefunden. Können wir. Passt, haben wir das auch wieder erledigt. Drei von drei. Kuss und Liebe.